Wir wollen nun einige elementare Grundbegriffe der Graphentheorie einführen. Diese wollen wir eher informell, intuitiv machen als streng formal. Wir reden von Adjacenten-Knoten. Wenn Knoten mit einer Kante verbunden sind, man sagt auch, die Knoten sind benachbart, beispielsweise der Knoten V0 ist Adjacent zum Knoten V2, Zb. Wir reden von inzidenten Kanten. Das ist der Fall, damit bezeichnet man eine Kante, die aus einem Knoten herausführt oder hineinführt, also beispielsweise die Kante, die von V0 zu V1 geht, also diese Kante hier, ist inzident zu den Knoten V0 und V1. Häufig spielt auch der Begriff des Teilgrafen eine Rolle. Damit meint man, dass man einen Ausschnitt aus dem Graphen, dass er selbst wieder einen Graphen bildet, ich markiere das mal hier in gelb, mit einigen Kanten, es müssen nicht alle Kanten sein, die den Teilgrafen bilden, wichtig ist nur, es darf keine neue Kante dazu kommen. Also beispielsweise das jetzt hier gelb markierte, ist ein Teilgraf unseres ursprünglichen Graphen. Kein Teilgraf liegt vor, wenn beispielsweise eine neue Kante mit hinzugenommen werden würde. Das ist in dem ursprünglichen Graph nicht enthalten und es ist somit kein Teilgraf. Bezogen auf die Menge, auf die ursprünglichen Mengen, man sagt, das ist unser ursprünglicher Graph, und wir sagen, ein Teilgraf liegt vor, dann muss gelten, dass Vt eine echte Teilmenge, oder eine Teilmenge ist unserer ursprünglichen Knotenmenge, und die Kantenmenge ist eine Teilmenge unserer ursprünglichen Kantenmenge. Vielen Dank.